Servus Freunde und herzlich willkommen hier von der Autobahn in Need for Speed Payback. Wir sitzen in unserem breiten Audi R8 LMS Ultra, äh ne nur LMS, ne Quatsch, im normalen Audi R8, aber das Ding ist breit, sieht böse aus und hat die Optik des R8 LMS und ich würde sagen, gut wir riskieren es jetzt, wenn wir kein Auto haben, kriegen wir extrem viel Kohle. Alter, f'ballert das. Da war ja mal ein GT3 RS. Bei der Idiot, die ich rübergezogen hätte ich auch kein Auto besitz gerammt. Gut, verdienen wir halt 1250 weniger, die Wette war es definitiv wert, wenn man es gewonnen hat, hat man schön was mitgenommen an Kohle. Zwei Runden rund um die Stadt, so wie sie aussehen. 360 kmh mit dem Audi R8 fahren ist natürlich auch was geiles. Ich glaube, wir haben bald die erste Runde abgeschlossen. Noch eine Runde, Leute, bleibt schön hinter mir. Wir sind so weit hinten, keine Chance, dass die aufholen können. Oh, das Ding fährt sich echt geil in der R8. Shit! Noch sieben Kilometer von uns. Wir brauchen keine vier Minuten, wir brauchen schon für dieses Rennen. Wir heizen jetzt eh mit Vollgas entlang. Sagen wir mal, was zum Schluss bei rumkommt. 3,5 Meter noch vor uns. Nicht mehr lange, ich bin fast im Ziel. Höher und weiter! 2,3 Kilometer noch. Das ist jetzt echt nur noch ein Klacks. Gut, in vier Minuten wird es sich wohl nicht ausgeben. Oder doch. Wenn möglich wäre es noch einen Kilometer in zehn Sekunden. Ne, knapp nicht. Aber gut. 4,05 ist auch jetzt keine schlechte Zeit für so ein Rennen. Erzähl das mal in deiner Webshow. Ja, ich weiß, dass ich das verloren habe. Auspuffstufe 15, Sprung und Beschleunigung. Äh, schickt mir in die Garage. Neue Mission freigeschaltet. Schauen wir natürlich, wo die gleich stattfindet. Tja, ich wette, du bist mit dir zufrieden. Könnte man sagen. Ich hoffe, alle eure 1% Club Fans haben zugesehen. Wohl kaum. Wen kümmert schon ein Nobody, der gegen meine schwächsten Racer fährt? Aber, weißt du, wer zugesehen hat? Eine Maslina Navarro. Woher weißt du das? Sagen wir einfach, das Haus ist sehr an diesen Rennen interessiert. Aber egal, rechle für die Kamera, Nobody. Denn sie ist immer an. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Ach Gott, ist das ne komische Tante. Solarsprung. Das heißt, es geht auf die Solarfelder wieder raus. Ich bin zwar technisch unterlegen. Ne, das lehnen wir mal ab. Drift mit dem Wagen, das geht nicht. So langsam verärgert mich meine Crew. Sie wird nicht mal mit einem Nobody fertig. Wenn sie diese Runde verliefert, dann so gegen mich. War überhaupt so. So Porsche. Dich krieg ich jetzt. Und dich auch, lieber Audi. Dich auch, lieber Audi. Dopp Speed Kit hat fast nicht mehr mehr. Wollen wir jetzt ein bisschen Nitro sammeln. um. Sonic! Nein, 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 nein! Je Zeit! ... Scheiße. Gut, das Rennen geht nur 24 Kilometer. Machen wir jetzt keinen Kopf, deswegen. Suchst du einen Parkplatz, oder was? So, ich bin schon mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Wahrscheinlich geht es uns wieder über den anderen Highway entlang zurück in die Stadt rein. Und so habe ich schon wieder einen schönen Vorsprung hier. So, ich bin schon wieder ein paar Jahre. Komm schon. Ihr seid einfach zu lahm. Ja gut gehen du das Ding hier schon, der Rodi. Ich wäre wieder auf den Rädern gewesen, um den Todnummer zu mir hin. Jetzt wo ich ohne Gehinderfall ist wieder fast langweilig hier und lang. Aber gut, dann schauen wir vielleicht, kommen sie ja wieder näher. Aber jetzt verstehe ich auch warum das Ding Solarrunde. Das heißt, wir fahren im Endeffekt eine Runde rund um die Solardwingung und wieder zurück in die Stadt. Ähm, deswegen Solarrunde. Was ist los? Bin ich euch zu schnell? Passt so aus, bitte hier. Kann keiner von den Gegner mithalten. Euch bleibt nicht mehr viel Zeit, Leute. Okay. Jetzt war ich das erste Mal hier entlang, da war ich überhaupt noch nie. Das ist echt Neuland. Gleiches Luxusproblem bei 380 Sachen in der Grenze zu hängen. Ähm, das hatte ich bis dato auch eigentlich noch nie. 2 Kilometer haben wir noch vor uns, wir kommen wieder in die Stadt rein. Ich glaub, die Frau dreht jetzt ein bisschen am Rad, wenn wir gleich im Ziel hier sind. Ich glaub, die Frau dreht jetzt ein bisschen am Rad, wenn wir gleich im Ziel hier sind. Ich glaub, da hat sie schon geschrien. Soll das ein Witz sein? Jetzt sehen wir mal die Speedkarte, Blockstufe 16, da haben wir aktuell glaube ich sogar 17 drin. Ne, 16. Und das könnte man nehmen hier. Versteig uns auch noch mal ein bisschen. Komm, nehmen wir mal mit. Was sagt sie jetzt? Ätzend, 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 ätzend. Du hast dich mit der falschen Bitch angelegt, Nobody. Gehen wir's an. Wenn ich dich besiegt habe, erzählst du mir dann vielleicht, was hier wirklich abgeht? Hast du je versucht? Naja, nicht du zu sein? Vielleicht würden dich dann mehr Leute mögen. Nicht jeder ist so scharf darauf im Mittelpunkt zu stehen wie du, Natalia. Ach, verschon mich. Ich würd sagen, mit den zwei geilen Rennen war's das wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben, sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung super. Das nächste Mal fahren wir hier gegen die Bitch, so wie sie sich selbst genannt hat. Und, ja. Ähm, ich würd mich freuen, wenn du wieder einschaltest, wenn du auch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da lässt. Ich bin jetzt auf dieser Stelle raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.